Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video gibt es ein Update zu sechs Aktien von der 10x Watchlist. Bevor wir das heutige Video starten, ein kleiner Disclaimer. Wir schauen uns heute sechs Aktien an von der 10x Watchlist und ich gehe hier mal auf gewisse Nachkaufzonen ein, die ich im Chart habe. Wichtig, das Ganze ist natürlich wie immer keine Anlageberatung. Macht immer euer eigenes Research und handelt auch immer nur im Rahmen von eurer eigenen Handelsstrategie und natürlich auch immer im Rahmen eures persönlichen Risikomanagements. Und kommt sehr gerne auf den Discord, werdet 10x Member für 4,99 Euro im Monat, bekommt ihr dann natürlich auch immer die Updates zu den Aktien direkt auf euer Handy und könnt an den sehr aktiven Chats mittlerweile über 700 Mitgliedern teilnehmen. Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und als erstes schauen wir auf Palo Alto Networks. Wir hatten die Aktie gestern ja auch schon in der Detailanalyse. Palo Alto ist bei mir aktuell sehr weit oben auf meiner Watchlist. Nicht nur, weil wir hier zuletzt ein herrliches Trade-Setup bereits landen konnten mit einer Rendite von 25%, sondern weil das Ganze technisch für mich durchaus spannend ist. Wir sind aktuell noch im Abwärtstrend, keine Frage. Ich habe hier schon mal eine Projektion jetzt eingezeichnet. Wir sind in der Golden Zone von dem ersten Anstieg 61er bis 65er. Fibonacci erstreckt sich hier zwischen 286 bis 283 US-Dollar. Wichtig, wenn wir auf die linke Seite schauen, die 280 US-Dollar waren schon mal sehr schöner Support für die Aktie. Also das Ganze kann hier natürlich im Rahmen eines Impuls, Korrektiv-Impuls in der bullischen Zielzone nach oben drehen. Wenn wir hier drunter brechen sollten unter die 280 US-Dollar, dann muss man davon ausgehen, dass wir hier die Chance auf den Doppelboden sehen. Auf der 200-Tage-Linie das Level, was eben nach diesem Crash am 20. Februar wunderbar für die Rally gehalten hat. Also hier zwei Optionen für die Kaufzone. Wer hier überhaupt nicht warten kann, kann hier möglicherweise schon mal eine erste Trosche reinlegen. Deswegen muss sich aber noch völlig im Klaren sein, dass dieser Abwärtstrend noch völlig intakt ist. Wer hier ein bisschen mehr Geduld hat, der wartet, wie das Ganze jetzt hier ausgeht. Ob wir hier wirklich ausbrechen können direkt oder ob die Aktie dann hier runterkommt ins 78er, 88er Fibonacci. Das sind dann 274 bis 267 US-Dollar. Den Abwärtstrend verlängern wir natürlich bis hier runter. Und beides ist für mich durchaus ein interessanter Einstieg. Keine Frage, natürlich nur für stabile Märkte, denn wenn Palo Alto hier durchbrechen sollte und wenn wir quasi Impuls korrektiv Impuls sehen, dann sehen wir die bärische Zielzone hier zur Downzeit zwischen 241 und 218 US-Dollar. Und wenn das Ganze sich hier als Kaufzeitpunkt rausstellt, dann ist mein Ziel für Palo Alto im Bereich um die 350 US-Dollar. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gerne deinen Like da, das ist der YouTube-Algorithmus, möglichst vielen Leuten empfehlt und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Als nächstes kommen wir zu Adobe und die Aktie ist im Prinzip von der Struktur her recht ähnlich wie Palo Alto. Wir kommen auch bei Adobe von einem harten Crash auf die 200-Tage-Linie. Es gab hier die Reflex-Rallye um etwa 10%. Wir haben hier nicht ganz meinen Take-Profit abgeholt. Das hatten wir bei 583 US-Dollar im Chart. Das Level, was wir hier erreicht haben, war ganz genau dieses 580 US-Dollar-Level. Ich hatte aber hier oben auch auf dem Discord für die Mitglieder gesagt, wer hier Gewinne mitnehmen möchte, wer hier aggressiv investiert ist, kann durchaus ein bisschen was rausnehmen. Was sehen wir aktuell? Wir sehen jetzt eine Rückkehr, genau die Projektion im Prinzip, wie wir sie eingezeichnet haben. Wir sind jetzt wieder bei diesem übergeordneten Aufwärtstrend bei Adobe. Wir sind jetzt wieder bei der 200-Tage-Linie. Und wir sehen, dass der Markt hier heute wieder versucht, Rand zu knabbern. Und das müssen wir jetzt ganz genau beobachten. Das Level, was ich bei Adobe, da muss man weit zurückgehen, eher nicht mehr gebrochen sehen möchte. Das ist hier der Bereich von etwa 533 US-Dollar. Und das würde uns hier sogar erlauben, dass wir noch ein bisschen tiefer kommen. Aber unter diesem Level wollen wir dann definitiv nichts damit zu tun haben. Ansonsten müssen wir damit rechnen, dass Adobe ähnlich wie bei Palo Alto, wenn das Ganze bearish ausgehen sollte, Impuls, Korrektiv, Impuls. Und dann sehen wir hier unten das große 50er Fibonacci. Das wären etwa 487 US-Dollar. Adobe ist hier wieder am Support und unmittelbar an der Zone, die uns zuletzt schon mal ein Einstieg war bei der Aktie. Wichtig ist aber hier, lasst euch diese Aktie nicht deutlich unter die 200-Tage-Linie fallen. Ansonsten ist das natürlich hier prädestiniert als Bärenflagge. Und das muss man jetzt eben am Gesamtmarkt beobachten. Stehen wir hier kurz vor einer größeren Korrektur oder sehen wir eben aktuell marktbreit, vor allen Dingen im Tech-Bereich spannende Kaufzeitpunkte. Target für Adobe bleibt hier zuerst jetzt mal im Bereich bei 580 US-Dollar in etwa. Wenn wir aber sehen sollten, dass das vor allen Dingen hier nach dieser Harmonic, die erste Rallye, glaubt er nicht, kommt nochmal zurück, ein Type 2 Return wird, dann können wir die Ziele auch nach oben schrauben in Richtung 614 bis 625 US-Dollar. Jetzt möchte ich aber zuerst mal sehen, dass hier bei Adobe vom Markt diese 200-Tage-Linie nochmal gekauft wird. Jetzt kommen wir zur aktuell meiner Meinung nach spannendsten Aktie und vielleicht auch zu der Aktie, die uns am ehesten noch den Weg weisen wird, in welche Richtung es geht. Gehen wir in Richtung Korrektur oder gehen wir eben jetzt in Richtung wirklich buy the dip, große Kaufgelegenheit. Wir sind natürlich, wie ihr hier oben auch seht, im Chart von Apple. Und zwar sind wir im Tagesschart. Und zwar sind wir hier aktuell stark überverkauft. Apple hat ein Tages-RSI von 25. Und da gehen wir jetzt mal zurück in die Vergangenheit. Wann haben wir das zuletzt gesehen? Im Dezember 2018 war Apple zuletzt so überverkauft wie aktuell. Also habt das wirklich auf dem Schirm. Wir haben uns hier mal auch eine graue Zone hinterlegt. Das ist uns ein Hinweis. Wir sind hier im Bereich von einer Widerstand- und Supportzone auch bei Apple. Wir sind jetzt hier im Bereich von dem Kursziel unserer Harmonic hier beim 88er Fibonacci. Und für mich ist das hier Grund genug, dass wir natürlich auch hier ein Trade-Setup im Chart haben. Was natürlich auch kommuniziert wird für die Mitglieder auf dem Discord. Und was ich natürlich dann auch täglich updaten werde und hier natürlich weiterverfolgen werde. Was ich bei Apple, muss ich aber auch dazu sagen, nicht sehen möchte. Und dafür einmal kurz der Blick in den großen Chart. Wir wissen, Gefahr eines Doppeltops. Wir wissen am Gesamtmarkt auch durchaus die Gefahr. Und man muss hier dazu sagen, wenn ein solcher Breakdown von so einem Trend passiert, wenn sich ein Dragon-Setup aktiviert, dann ist der erste große Gewinnmitnahmebereich für die Lehrverkäufer immer um und bei dem Scheitelpunkt. Und das müssen wir jetzt hier eben abwarten. Ich rechne hier mit einem Bounce, keine Frage. Und dann ist eben der Punkt, schafft es Apple zurück über das Hoch von August 2022? Dann mein Target-Backtest 200 Tage. Das heißt übrigens noch nicht, dass wir dann mittelfristig schon wieder bullish sind auf die Aktie. Das kann dann hier nochmal ordentlich nach unten gehen, keine Frage. Aber für ein Trade-Setup ist es hier sehr, sehr schön an diesem aktuellen Level, an diesem Support, an dem wir jetzt überverkauft angekommen sind. Ich muss aber auch dazu sagen, absolut bearish und potenziell hochgefährlich für den Markt wäre folgende Preis-Action. Hier jetzt meinetwegen der Dip kann noch ein bisschen tiefer kommen in dem Bereich um 168, 167. Mein Stop greift unter 165 US-Dollar. Auch das sei natürlich dazu gesagt. Und falls wir dann hier an dem Abwärtstrend abprallen sollten oder eben uns dann hier einen sehr starken Widerstand einfangen sollten an der 200 Tage und wir brechen unter die 165 US-Dollar, dann sehen wir am Gesamtmarkt meiner Meinung nach auch eine schärfere Korrektur, weil hier sehr, sehr wenig Support ist. Dann zumindest mal bis in den Bereich um die 146 US-Dollar. Da habt Apple aktuell sehr, sehr weit oben auf eurer Watchlist. Entweder, weil ihr dieses Trade-Setup hier abbilden wollt oder natürlich auch als sehr, sehr wichtigen Indikator für den Gesamtmarkt, als immerhin nach wie vor zweitgrößte Aktie am Aktienmarkt. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Aber nicht nur die zweitgrößte Aktie am Aktienmarkt ist aktuell spannend, auch die größte Aktie am Aktienmarkt ist derzeit hochinteressant und kämpft hier mit der Marktkapitalisierung aktuell von 3 Billionen US-Dollar. Die Rede ist natürlich von Microsoft und Microsoft ist für mich auch die Aktie, die möglicherweise für den Gesamtmarkt der wichtigste Indikator ist, vor allen Dingen im Hinblick auf diesen Aufwärtstrend. Denn das sind die 5050 Punkte beim S&P 500 und falls er uns wirklich drunter brechen sollte, dann bricht uns der Aufwärtstrend beim S&P 500 und dann bricht uns auch der Aufwärtstrend mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Microsoft. Wir hätten natürlich auch hier eine kleine Harmonic im Chart. Wir hätten auch ein Szenario, wo es hingeht in die Richtung 3,75 bis 3,66 hier Backtest 200-Tage-Linie. Das müsste man sich dann ganz genau anschauen. Hier würden wir allerdings wichtige Levels testen dann potenziell als Support. Aber für den Gesamtmarkt wäre es dann erstmal schmerzhaft, weil das auch bei Microsoft hier bedeuten würde, dass wir eben nochmal bis zu 9% Downside haben. Und das würde schon ordentlich rumpeln am Gesamtmarkt. Also habt das wirklich auch hier mal auf dem Schirm. Microsoft, extrem liquide Aktie, extrem schön auch zum Traden am Support. 50-Tage-Linie, dieser Bereich, den wir hier sehen, als Zielzone würde ich sie einzeichnen, zwischen den aktuellen Levels bei 403 und den 495 US-Dollar. Das kann hier sehr, sehr spannend werden, keine Frage. Wichtig ist aber auch, falls uns dieser Trend hier bricht, und das lassen wir direkt schon mal so im Chart, dann haben wir hier ein Dragon-Setup. Und das, denke ich, wird sich dann voll ausspielen hier in Richtung 88er Fibonacci. Und dann bekommen wir Microsoft eben hier in dieser Zone, die wir bespielt haben zwischen Dezember und Januar vor dem größeren Breakout. Microsoft sollte auch derzeit sehr weit oben sein auf der Watchlist. Wenn ihr sie hier nicht am Support, am Trend kaufen wollt, immerhin, um hier definitiv auf den Blick zu haben, ob hier dieser Aufwärtstrend hält. Wir kommen zu Tesla und wir packen sie zwar auch ins News-Video, aber sie darf auch jetzt hier in diesem Video nicht fehlen, wo es eben darum geht, Buy-the-Dip-Fragezeichen. Und das muss man sich hier bei Tesla wirklich fragen. Vor allen Dingen erinnert euch mal ans gestrige News-Video. Worüber hatten wir gesprochen? Trendbruch bei Tesla vor allen Dingen hier. Diese Levels sind sehr, sehr wichtig. 194, 193 US-Dollar. Ich hatte die Harmonic eingezeichnet. Wir hatten darüber gesprochen, dass hier ein 88er Fibonacci im Raum steht. Und diese Aktie ist so brachial technisch und auch so kompromisslos. Die zieht hier voll durch. Und schaut euch mal an, wo hier jetzt der Markt versucht ranzuknabbern. Wirklich punktgenau auf dem 88er Fibonacci. Punktgenau an dem Bereich, wo wir darüber gesprochen haben. Wichtig, unter 180 US-Dollar hat Tesla hier aber eigentlich nichts verloren. War schon mal Support, wurde gebrochen. Muss wieder zum Support werden. Vor allen Dingen hier im Zusammenhang mit dieser Harmonic Spring-Back-Test. Dafür brauchen wir sie allerdings über 180 US-Dollar. Und deswegen muss ich ganz klar dazu sagen, Tesla, obwohl sie hier so brutal überverkauft ist im 4-Stunden-Chart, ist hier aktuell für mich gerade noch, wichtig, kein Kauf. Was möchte ich sehen? Kommen wir da über die 180 und zeigen mir zumindest mal in der 4- oder 8-Stunden-Ansicht, dass wir dieses Level wieder halten können. Dann gehen wir hier aber mal sowas von long bei Tesla wieder zurück in die Richtung 188 bis 196 US-Dollar. Nicht übermütig werden, muss man ganz klar dazu sagen. Das ist und bleibt hier ein Trade-Setup. Wir zeichnen uns auch definitiv schon mal ein, dann auch im Hinblick auf ein etwaiges Chance-Risiko-Verhältnis. Und ich würde hier auch ganz knapp über den 180 US-Dollar mich reingehen trauen. Stop kann man entweder wählen, dann unter dem tieferen Tief. Oder dann letzten Endes wirklich, wenn wir dieses Tief nochmal knacken sollten. Und dementsprechend kann man relativ früh Gewinne mitnehmen mit 3 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis bei 190 US-Dollar. Wenn man es wirklich spielen möchte, dass man sagt, hier war das Tief, tiefer fällt sie uns nicht mehr. Dann muss man aber deutlich später erst Gewinne mitnehmen bei etwa 200 US-Dollar im Rahmen von einem 3 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis. Dafür gibt es aber definitiv wieder ein Update im News-Video, wenn ich abschätzen kann, ob die Aktie es hier wirklich schafft, die 180 zurückzuerobern. Denn wenn das Ganze nach diesem Abverkauf jetzt hier die müde Konsolidierung war, dann geht Tesla meiner Meinung nach danach in Richtung 150. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr das auf dem Schirm habt. Das ist hier unglaublich spannender Support. Die Aktie ist jetzt hier auch sehr stark überverkauft, wieder im 4-Stunden-Chart. Wichtig ist aber auch, dass der Markt dann hier nicht nur den Support erkennt, sondern wirklich auch zupackt. Und dann vor allen Dingen in der Folge die 180 US-Dollar nicht mehr hergibt. Abschließend kommen wir noch zum Marathon Digital. Die Aktie stürzt hier etwas von der Klippe. Und zwar schon seit, muss man sagen, Mittwoch vergangener Woche sehen wir hier die Abverkäufe bei Mara. Mittlerweile haben wir von diesem Verlaufshoch auch verloren 35%. Wir hatten sie zuletzt auch im Video. Da hatte ich euch zwei Zonen gezeigt, die für mich spannend sind. Die eine Zone haben wir bei Mara jetzt angelaufen. Die ist für mich deshalb wichtig, weil wir hier natürlich einen Doppeltop im Chart haben. Und der erste wichtige Gewinn-Mitnahme-Bereich für die Lehrverkäufer ist immer der Scheitelpunkt von einem potenziellen Dragon-Setup, von einer potenziellen Harmonic. Also hier jetzt genau auch am 61er Fibonacci sehen wir auch Kaufdruck bei Mara. Man muss aber auch dazu sagen, habe das mit diesen Minern aktuell auf dem Schirm. Bitcoin am Allzeithoch. Die Miner haben überhaupt keine Chance, hier wirklich massiv nachzuziehen. Weil es der Bitcoin wirklich eine Korrektur zeigt, gehen die Miner meiner Meinung nach hier nochmal so richtig zur Downside. Und das kann eben auch passieren, weil wir grundsätzlich auch davon ausgehen müssen, dass das hier ein Shark-Pattern ist, also ein höheres C. Und dass wir dann durchaus hier auch mit einem 88er Fibonacci rechnen müssen bei der Downside. Und dann wäre hier eben auch denkbar, dass sich Mara mit der Zeit auch einen Backtest abholt, der 200 Tage liest. Und dann wird man Ziele sehen im Bereich 1880 bis 1685. Also seid hier mal ein bisschen vorsichtig noch bei Mara. Muss man ganz klar dazu sagen, das war jetzt hier ein deutlicher Trendbruch. Wir sehen jetzt hier auch im 8-Stunden-Chart wenig Stärke. Im Gegenteil, wir sehen wieder Verkaufsdruck auf der letzten 8-Stunden-Kerze. Und jetzt wird es eben spannend sein, wie das Ganze hier weitergeht. Aber nichtsdestotrotz sehen wir natürlich vor allen Dingen auch hier seit den Oktober-Tiefs bei Mara steigende Tiefs. Und vor allen Dingen hier auch zuletzt herrlich ein deutlich höheres Tief bei der Aktie. Und wenn sie sich natürlich jetzt entweder hier, aber auch hier ein weiteres Tief abholt, dann bauen wir hier nichts weiter als steigende Tiefs. Und dann kann das natürlich im nächsten Push unfassbar bullish werden für Mara. Vor allen Dingen, falls der Bitcoin wirklich sich jetzt hier stabil hält und auf neue Allzeithochs ausbricht, dann muss man wirklich sagen, haben die Miner natürlich auch langsam, aber sicher ordentlich Aufholpotenzial Mara. Entweder bei 22 US-Dollar hier einen Kaufwert, muss man ganz genau beobachten. Und ansonsten schau mal die Aktie hier tief an zwischen 18,70 und 16,85. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chartsoftware, die ich in den Videos benutze. Und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.